Servus Mighty Dogs! Das Jahresende steht an und damit ein Mega-Event. Ich muss zugeben, als ich vor vier Jahren die Heimat verlassen habe und nach München gegangen bin, seitdem gehören die Heimspiele und die Stimmung im Eisdome zu den Dingen, die ich am meisten vermisse. Aber wir können das alle noch mal gemeinsam erleben. Pickepackevolles Haus, Monsterstimmung, Glühwein und hoffentlich dann auch einen Derby-Sieg gegen einen Eishockey-Standort etwas östlich von Schweinfurt. Ich bin bereit, ich versuche meinen Teil zum Derby-Sieg beizutragen und nehme das Stadion-Mikro als Stadionsprecher mal wieder in die Hand. Lasst euch dieses Eishockey-Spektakel nicht entgehen. 20. Dezember, 18 Uhr, Eisdome, Schweinfurt, Mission Derby-Sieg. Wir sehen uns! Bis zum nächsten Mal!